Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum DAX-Check heute am Mittwoch. An der Wall Street gab es neue Rekorde, der S&P 500 hat ein neues Allzeithoch aufgestellt. In Asien ging es dann gemischt weiter, Nikkei leichte Minus, andere Börsen, China eher im positiven Bereich. Am deutschen Aktienmarkt gestern wieder mal relativ unspektakulär bei 15.555 Punkten aus dem Handel gegangen. Wichtig auf kurzfristige Sicht ist die 21-Tage-Linie, die wir jetzt hier nicht drin haben, aber da können Sie mir glauben, die verläuft im Bereich 15.560. Und hier sind wir zumindest mal vorbörslich drüber und wahrscheinlich, ich kann mir vorstellen, dass wir auch schon die ersten Kurse in Frankfurt haben, dass wir über der Marke von 15.600 Punkten eröffnen. Tatsächlich auch bei 15.650 schon. Kurzfristig damit jetzt das Ziel, die Marke von 15.700, da waren wir vor wenigen Tagen dran. Und wenn wir die überwinden sollten, dann besteht die Hoffnung, dass wir auch in Richtung 15.800 eben gehen. Das Hoch, eben das Allzeithoch, das wir im Juli markiert hatten. Noch fehlen rund ein Prozent, das ist nicht viel, aber die Dynamik will nicht aufkommen. Liegt natürlich auch an der Saisonalität, an der Delta-Variante des Coronavirus und das behindert eben etwas. Aber die US-Amerikaner, die lassen sich davon nicht beeindrucken und gestern eben wieder sehr stark unterwegs gewesen. Wir müssen möglicherweise die nächsten Tage auch mal ein weiterer Test hier eben dieser Range am oberen Ende. Für das Produkt heißt das, dass wir wahrscheinlich leicht verlieren. 6,44, da könnten wir leicht zurückgekommen sein. Also entwickelt sich prächtig das Produkt. 4,33 Empfehlungskurs aktuell deutlich höher bei 6,44 Euro. Noch mal zur Erinnerung, diese beiden Barrieren dürfen auf keinen Fall tangiert werden, weil dann verfällt das Produkt wertlos. Aber ich habe schon gesagt, Sie sollten den Stopp auf einen Stand nachziehen, auf 4,33 Euro. Dann kann ja auch nichts mehr schief gehen. Das war es von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen weiterhin gute Kurse. Bleiben Sie gesund. Bis morgen. Ciao. Ciao.